Ich hab einen schönen Hut. Toll. Danke. Danke. Ich hab einen schönen Hut. Ich bitte jemand klären. Der stand in O2. Ja. Rosi. Geben wir dann auch Radclär mit wahrscheinlich? Nee. Weil. Also tut mir leid. Er hatte seine Saft wahrscheinlich offen. Ich kam halt in O2 rein. Da war noch Chris. Der ist dann weg. Dann hatte ich meine Tasks gemacht. Und kurz bevor ich fertig war, kam dann halt Bimo. Und Chris ist jetzt tot. Deswegen würde ich Bimo mal nicht klären. Ich weiß halt nicht mehr, wohin gelaufen ist. Aber ich kam vom Download oben in Weapons. Das mag sein, aber das kann ich halt nicht beurteilen. Okay. Also ich, hast du hier Chris gegouverniert an? Ich bin noch im Dropship, Freunde. Bisschen aufs Geld. Ich weiß noch nicht, auf welcher Map wir sind. Dann wisst ihr, wie ich gespielt habe. Ähm, ich war Medbay und dann Elektri... Äh, nicht Elektri... Äh, Reaktor. Äh, bist du in Elektriker gewendet? Okay, also Rosi noch im Dropship. Er ist der Imposter. Mütter, die falsch wendet, ihr zweiter Imposter. Nein, 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 nein. Ich bin Crewmate. Ich hatte meine 1 bis 10 Tage im Reaktor. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, was ich bin. Siby. Okay. Alles gut. Ich geh. Alles okay. Siby. Siby war eben schon nicht da. Als ich eben mit ihm geredet habe, war er schon nicht da. Ein bisschen traurig schon, aber... Okay, wir können ja scannen. Also Bucky und Bucky. Ich weiß nicht, dass ich... Siby und Bucky beide sind tatsächlich auf der Kamera. Die wählen auch beide nicht. Hallo, wieder da. Äh, sorry, dass ihr die Runde ohne mich... Ist das gut. Ähm, wir wählen... Wir wählen... Wir wählen alle... Wir wählen alle Bimo. Bimo? Ja, weil ich gerade Bucky und Bucky gesagt habe. Die haben keinen Partner zu mir. Ich hab... Ich hab geskippt. Ich glaub mal nicht, dass ihr Bimo gewählt habt. Ja, Freunde, ich bin bereit. Okay, wir fangen an zu schießen auf Muckri oder Bucky. Nein, aber dann stirbt der doch. In drei Sekunden bin ich bereit. Oder sie? Ich glaub, ich bin jetzt bereit. In drei Sekunden bin ich bereit. Oh, der war noch kratzer. Theo hat's an mir probiert. Ist er Sheriff? Theo war Sheriff. Er ist gerade vor mir tot umgefallen. Können wir das, äh... Weil ich sagte, probier's an Bucky oder Muckri, wodurch er mich hätte auch klären können und er hat einen Kill bekommen. Wo war das? In Admin. Ich war grad am Admin-Table, seh ihn anlaufen und während er auf mich zuläuft, slasht er sich selbst und fällt hin. Also Theo ist tatsächlich gerade in Admin reingelaufen, hab ich auf Games gesehen. Bucky, warst du nicht auch da in der Nähe? Hast du was gesehen? Nee, ich war an Admin kurz vorbeigelaufen, hab Bimo trainiert und bin dann hoch. Cafeteria. Da bist du mir, glaub ich, entgegengekommen, oder? Das will dann auch keiner... Kein anderer... Das Einzige, wie ich bei beiden falsch liege, ist, wenn Jarma self-reported hat. Aber Bucky müsste auf jeden Fall Chris gekillt haben. Muckri, komm runter. Dann muss ich auf jeden Fall Chris gekillt haben. Weil Theo ihn nicht gekillt hat und ich der einzige andere da war. Und Simi und Rosi ja vk waren, wenn sie beide nicht lügen. Chris war bei O2, oder was? Ja. Oder wie... Ich war das ganze Spiel nicht rechts. Das ganze Spiel nicht rechts. Dann würdest du aber ja Muckri beklagen, oder nicht? Was? Warum mich? Weil... Ach so, du bist gewählt. Kacke! Ich hab schon gewählt. Muckri, hast du schon was getrunken? Ich wollte gerade sagen, Muckri, wie viel Wein hast du in Toast? Gar nicht. Die anderen drei entscheidet, wen wir wählen, weil ich bin jetzt auch saß, weil ich Theo reporten habe. Ja, ja, klar. Du könntest genau so sein. Aber ich wollte mal fragen, es klämt wahrscheinlich kein anderer, den Sheriff, so Bucky rein zufällig, der jetzt Sheriff kläben möchte, weil er immer Sheriff ist, oder warum? Ja, gut. Ich bin's nicht. Diesmal wirklich nicht. Ich hab mich nur versprochen und lach deswegen die ganze Zeit. Genau, und deswegen lach ich. Dazu gehört, dass Simi und Rosi beide in Cafeteria waren, Theo und ich waren O2, Chris war irgendwo tot rechts, Bucky war Stowage, Dharma hat reported in Electrical. Ja, vielleicht war es ein Self-Report. Dann war es ein Self-Report. Dann wählt alle Dharma. Warum sollte ich den Self-Reporten vor dem Lights-Panel, wenn Lights out ist? Damit du nicht Sass bist. Ich entscheide euch gerade nicht. Aber wir haben noch 30 Sekunden. Ich hab Bucky gewählt. Okay, wählt alle Bucky. Ich hab auch Bucky gewählt. Okay, stopp. Wen wählen wir jetzt? Bucky, Bucky. Und so ein Bucky. Sind damit alle einverstanden? Ja. Bucky, bist du auch einverstanden? Nee, weil ich das ganze Spiel nicht rechte und nicht verstehe, warum ich für den Chris-Kill gesasst werde, aber okay. Hm, auch nicht. Was ist das denn? Bucky, trink mal Wasser. Wir müssen uns richtig gut aufteilen. Ich hab nichts getrunken. Ich habe nichts getrunken. Nichts. Nichts, Warten. Deffen. Theo, wer hat dich umgebracht? Ich. Er war Sheriff. Ich hab mich gedefft, gerade. Aber Sheriff hat Bimo versucht zu erschießen. Bimo ist clear. Hundertprozentig. Okay. Ich dachte echt, er hätte dich gekehrt, aber es war okay, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wie, du weißt es nicht mehr? Ja, es ist das dritte Mal heute, Theo, dass ich am Anfang gekehrt werde. Ich achte da nicht mehr drauf. Okay, Bucky ist... Ja. Bucky hat die ganze Zeit nicht gedrückt. Jama, du bist gerade über eine Leiche drüber weggelaufen. Ich stehe mit Bucky im Reaktor. Ich drücke die ganze Zeit oben, drücke die ganze Zeit so 1-0-1-0-1-0-1-0, damit irgendjemand checkt, dass da jemand nicht drückt. Und dann kommt Bucky und Slash jetzt vor mir den einfach. Ach so. Also, Bucky und Jama standen gerade bei dem... Ja, Bucky und ich, wir haben beide gesagt, wir gehen links. Ich stelle mich oben an das Ding, Bucky stellt sich unten hin, denke ich mal. Ich drücke die ganze Zeit, damit ihr seht, 1-0-1-0. Das habt ihr auch gesehen, oder? Ich war am Button, ich habe es nicht gesehen. Wir hatten eben nicht. Wir hatten Bucky eben gewotet. Ich habe Bimo gewotet, aber das ist einfach nur aus Fun. Mir einfach anbeleid. Nur ich wähle Bucky mit noch irgendjemandem. Nee, Bimo. Bucky und Jama schießen aufeinander, Muckri ist der Safe Award. Ich bin nicht der Safe Award. Willst du mich verarschen? Ich bin Crewmate. Nein, Bimo, wenn du mich jetzt wählst... Das verstehe ich nicht. Dann ist das wieder dieses, okay, Bucky und ich schießen aufeinander. Das heißt, einer von uns beiden ist der Imposter, aber Muckri muss der Zweite dazu sein. Und deswegen wollen wir nicht helfen. Oder wie ist das dieses? Ich bin aber nicht Imposter. Das ist ja das Dumme. Ich bin gar nicht Imposter. Oder wie sind es dann Bucky und Jama zusammen? Mach doch einfach Bucky raus. Die Leiche lag halt schon und Jama ist drüber weggerannt, anstatt zu reporten. Das ist auch... Ja, ich habe auch... Bucky hat gerade vor mir Simi gekillt und ich habe auch auf den Report-Button gemasht, weil mir war klar, er wird jetzt irgendwen slashen. Aber man kann schon direkt nach dem Slash reporten, wenn die Leiche noch steht und die lag, als ich reportet habe. Ja, ich kam gerade von oben runtergelaufen, stand auf der Leiche, habe jetzt reportet. Bzw. du hast reportet. Bucky hat auch nicht reportet, ich will Bucky. Bucky hat auch Bucky gewählt. Ja, ich habe Bucky gewählt. Ach shit. Jama und Mucky. Ich sehe euch nicht voten, ihr sagt doch, ihr votet. Ja, ich warte noch ab. Ich habe noch nicht gewählt. Ich will nicht, dass es wieder gesplittet wird, dass irgendwas Dummes passiert. Es haben halt weder Bucky noch Jama gerade die Leiche reportet. Ich habe die ganze Zeit den scheiß Reactor 0101 angepingt, dass da einer rankommt. Ich habe Bucky gewählt. Ich finde Jamas Geschichte halt einfach glaubwürdig. Bucky, sag mal jedenfalls Bucky. Ja, was soll man da sagen? Kann er auch nur sagen, ich war es oder was? Bucky. Ja. Lache ich? Mal zwick dir im GIF. Bucky entscheidet du zwischen Bucky und Jama. Bucky. Loll, zwei Boots auf mich. Da wisst ihr ja hier, die Imposter waren am Werk. Ist das Game for Boy? Ich weiß es nicht. Devin. Oh shit. Bucky? Ja. Jama, dein Mitimposter? Ja. Weißt du, was dein Fehler war? Wenn er auf 110 drückt, geht sein Killküter nicht runter. Ach, deswegen hat er nicht gekillt. Ja, genau. Das ist eine gute Ausrede, aber dafür konnte er den Kill nicht machen. Ach, je. Aber ich verstehe nicht, warum er es gemacht hat. Das ist schon weird. Ja, schon. Das wäre ein Easy Game gewesen. Ja. Immerhin ist Mogri jetzt clear. Bimo? Ja, aber Bimo wäre die einzige Person, die er hätte blamen können. Es sei denn, er killt jetzt schnell alle. Dann muss er Tür zumachen. Hier, Bucky, mach mal auf jeden die Türen zu und solche Sachen. Ja. Jetzt hat er... Oh, was? Oh, oh sie... Oh, nee. Jetzt killt er Mogri. Mhm. Lauf, Jama, lauf. Ja. Okay. Das waren beide, die bei der Leiche waren. Ja, ja. Ja, ja. Und er konnte nicht killen, weil er eben auf den Reaktorknopf gedreht hatte. Ja, Bucky hat den geslashed, aber ihr kamt schon zu früh. Und ich hatte gehofft, dass Bucky da nicht killt, weil mir klar war, dass die Leute kommen. Ja, sorry, Bucky, dass ich dich so unter den Bus wirfen musste. Kein Ding. Kein Ding. Hatte funktioniert. Das hat mich auch total verwirrt, dass ich nicht gekillt wurde. Ja, das ist ja ein böser Wirrfahr. 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 Ja, das ist ja ein böser Wirrfahrer.